Das E-Gate-Control-System überwacht zuverlässig und sicher Zugangsberechtigungen im Flughafenbereich. Der Barcode-Scanner prüft die gedruckte oder digitale Bordkarte auf Gültigkeit. Bei einer gültigen Karte gibt das E-Gate den Zugang frei. Symbole auf dem Flat Screen erläutern den Ablauf der Zugangskontrolle. Ist die Karte ungültig, bleiben die überwindungssicheren Schwenkarme geschlossen. Eine intelligente Sensorik sorgt für eine sichere Personenvereinzelung. Nehmen die Sensoren hier eine Abweichung wahr, lösen sie Alarm aus. Das E-Gate-System von Wanzl gewährleistet maximale Sicherheit bei der Zugangskontrolle und Personenvereinzelung. Eine wirtschaftliche Lösung für Passagierdienstleistungen am Flughafen.